Ja, der Fall Sami A. und die Konsequenzen, fragen wir nach, was die oppositionellen Grünen zu sagen haben. Aus Düsseldorf ist uns nun die Fraktionsvorsitzende Monika Düker zugeschaltet. Guten Tag nach Düsseldorf. Ja, schönen guten Tag. Frau Düker, Sami A. steht auf der Top-Liste der islamistischen Gefährder. Seit elf Jahren ist er ausreisepflichtig, aber es ist den Behörden nicht gelungen, ihn auszuweisen. Nun ist er in Tunesien. Viele Bürger sind da froh, dass er endlich weg ist. Sie aber fordern stattdessen den Rücktritt des zuständigen Ministers Stamm. Warum? Nun ja, ich kann gar nicht sagen, was der größte Schaden ist, der hier angerichtet worden ist. Dass ein Top-Gefährder jetzt unter Umständen auf freiem Fuß wieder nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Das verlorengegangene Vertrauen der Bevölkerung in das Behördenhandeln. Die Beschädigung des Rechtsstaats. Denn wenn eine Präsidentin eines Oberverwaltungsgerichtes jetzt sagt, in Nordrhein-Westfalen können sich die Gerichte nicht mehr auf Aussagen von Behörden verlassen, und da ist Misstrauen angesagt, dann ist hier auch der Rechtsstaat beschädigt worden. Also das ist ein riesiger Scherbenhaufen, der hier hinterlassen wurde. Und dafür Verantwortung trägt der Integrationsminister, aber natürlich auch der Bundesinnenminister. Das ist ja klar, dass es Schaden gibt, ist unbenommen. Aber jetzt mal konkret gefragt, Frau Düker, was hätte denn Joachim Stamp an diesem Tag, oder genauer gesagt an diesem Morgen, als die Erscheinung dann bekannt wurde, anders machen sollen? Er hätte schon sehr viel früher vieles anders machen müssen, zwingend müssen, denn er hat wichtige Informationen dem Gericht vorenthalten. Er hat bewusst und vorsätzlich den Termin der Abschiebung nicht bekannt gegeben. Üblicherweise wird, wenn in solchen Eilrechtsverfahren, denn noch einmal, es ist nicht über die Frage entschieden worden, droht Samia Folter oder nicht. Es gab ein Eilrechtsverfahren und in diesem Eilrechtsverfahren hat der Integrationsminister bewusst die Information vorenthalten, wann die Abschiebung stattfindet. Und es ist auch Rechtsstaatspraxis, dass hier Stillhalteabkommen getroffen werden zwischen Behörden und Gericht, sodass nicht vollendete Tatsachen geschaffen werden, bevor ein Gericht urteilt. Und all diese Rechtsstaatsgrundsätze hat Minister Stamp ignoriert. Dann kam es zu der Abschiebung selber und da sind wir erst am Schluss der Geschichte, wo jetzt klar ist, ist höchstrichterlich entschieden, er hätte diese Abschiebung abbrechen müssen. Ja, das Gericht sagt übrigens zu Beginn des Verfahrens, also als der Flieger abgehoben ist, war es noch rechtskonform und während des Fluges der Entscheid vorlag, hat sich dann die Rechtslage geändert. Also es ist sehr kompliziert. Frau Düker, Kritiker der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster, sagen, dass alles sei der Offenbarungseid des Staates, wenn es nicht gelingt, die Abschiebung eines islamistischen Gefährders auch durchzusetzen. Haben Sie keine Angst vor so einem Staatsversagen? Also hier von Staatsversagen zu sprechen, halte ich für völlig unzulässig. Ich halte unseren Rechtsstaat für wehrhaft und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn sich hier die Behörden an Recht und Gesetz gehalten hätten und die rechtsstaatlichen Verfahren, die ja vorgesehen sind, auch in solchen Gerichtsverfahren. Also man kann gegen einen Beschluss, gegen einen Urteil Beschwerde einlegen, dann ist das Oberverwaltungsgericht dran, die Papiere können beschafft werden. Wir haben erfolgreiche Abschiebungen von Gefährdern nach Tunesien in Nordrhein-Westfalen vollzogen. Ich bin ganz sicher, dies wäre auch nach Recht und Gesetz möglich gewesen, wenn sich die Beteiligten an die Spielregeln gehalten hätten. Das, was da jetzt passiert ist, ja, das ist in der Verantwortung des Ministers, weil er eben diese Rechtsstaatgrundsätze nicht geachtet hat und dafür muss er die Verantwortung übernehmen. Okay, das ist angekommen. Frau Dücker, zum Schluss noch vielleicht unterm Strich und ein bisschen über Düsseldorf hinausschauen. Was muss sich in Zukunft an solchen Verfahren, die islamistische Gefährder betreffen, denn ändern? Also die Zusammenarbeit der Behörden muss optimiert werden. Es kann nicht sein, dass so eine Verbalnote oder übersetzt heißt das ja, die Zusicherung des Herkunftslandes, das eben nicht Folter droht, dass so eine Zusicherung so lange dauert. Hier muss sich auch der Bundesaußenminister die Frage gefallen lassen, warum er nicht in der Lage ist, solche Zusicherungen auf diplomatischem Weg schneller zu bekommen. Denn mit so einer Zusicherung sind ja Abschiebungen möglich. Noch einmal, dieser Rechtsstaat ist wehrhaft und dieser Rechtsstaat kann auch Gefährder abschieben. Das hat die Vergangenheit bewiesen und da müssen die Behörden zügiger und besser vor allen Dingen zusammenarbeiten. Hier ist auch der Bund gefragt. Aber es kann nicht sein, dass man mit Rechtsbruch hier Tatsachen schaffen will. Das hat das Gericht nun sehr deutlich gesagt, dass das in einem Rechtsstaat nicht geht. Und deswegen bin ich auch froh über dieses Urteil. Denn wenn so etwas Schule macht, dann haben wir demnächst Behördenwillkür, dann haben wir Selbstjustiz und das kann es in einem Rechtsstaat nicht geben, unabhängig von der Causa Sami A. Ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht im Fall Sami A. Das war Monika Düker, die Fraktionschefin der Grünen, live aus Düsseldorf zugeschaltet. Vielen Dank dafür.